Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, nämlich Emergency 4, heute aber nicht alleine, sondern mit dem bekannten Struppel-LP, sag mal hallo, und mit dem Ghost, man kennt ihn vielleicht aus, ähm, Payday 2, haben wir schon mal zusammen Let's Play, okay, war auch oft genommen. So, ich würde sagen, wir starten, oder? Ja, ich mach jetzt mal bereit. Ghost tostet übrigens jetzt hier. Wir spielen die Winterberg-Modifikation. Ghost übernimmt jetzt hier, ähm, Feuerwehr. Was übernimmst du, Struppel? Natürlich, wie immer die Polizei. Die Polizei, dann übernehme ich den Rettungsdienst. Vor allem unten die Ambulanz, da. Ist natürlich hier Winterberg, natürlich. Ist ja nicht so, dass es Italien ist, oder so. Nee, es ist Deutschland. Ja, die Bilder sind halt gut, deswegen. Oder oben, oben rechts, na gut, Potz. Okay, das geht ja. Ja, es kann ein, es kann Stand sein, der einfach Potz heißt. Ja, kann auch sein, der von Potz ist. Also Potz ist ja eine... Wenn du da oben rechts beim Bild guckst, da links, wo die Abstellband, das Abstellband ist, siehst du ja ganz so ungefähr Feuerwehr-Blabla-Blabla-Leben, würde ich sagen, oder? Ja. Nicht möglich. Ja, aber ich würde sagen, rechts und oben links und so von Deutschland, könnte man ja sagen. Ja, rechts unter dem Bild, wo der, wenn man mit den Orangen ist, teilweise haben sie in Deutschland auch diese Orangenüberjacken. Naja, bei mir zählt ja nichts, bei mir ist das Minimum weg. Uh. Ich weiß nicht, ob dieses Lied gerade gesperrt war von Emergency 4, dieses, wo der Nikolaus was, äh, der Weihnachtsmann was sagt. Na. Hoffe ich mal. Ja? Rettungsdienst und Notarzt mache ich so. Notarzt lege ich auf 1. Rettungsdienst. Brandausbruch durch fahrlässigen Umgang mit brennbarem Material. Oh, fängt ja schon an. Löschen sind alle Brände. Wie gesagt, ich darf kein, äh, Sprengstoffkommando nutzen. Nein. Dadurch schmiert das Spiel ab. Hm. Ach, da oben. Also, Rettungsdienst. Kann ich im Hauptmenü Sound noch nachträglich verändern? No. Sicher? Die Drogenlist. Ja. Sicher. Ihr Florian Sauerland mit Einsatzfernmelderdienst Arnsberg. Zur Unterstützung der Feuerwehr im Winterberg. Doch, ich konnte es ändern. Ich muss es ein bisschen leiser machen. Es ist sonst so laut. Alter, warum fährt das rechte Zeit hin? Weil es piept ja nur noch. Da hört man ja keine mehr von euch beiden. Weil es nur noch piept. Oh, ich muss es noch ein bisschen leiser machen. Dann löscht doch nie das Feld zur Unterstützung der Feuerwehr im Winterberg. Brandausbruch. Ursache nicht bekannt. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Löschen Sie das Feuer. Noch ein Brand. Warum hat Ghost Streifenwagen? Weil ich noch zwei von anderen jetzt habe. Hey, ist das Logik pur? Einfach mal sozusagen im gleichen Wald zwei Feuer. Warum habe ich das Gefühl, das ist ein Brandstifter? Da ist ja unklar, Alter. Von daher. Ich komme mal mit dem Streifenwagen. Ja, stimme ab bitte. SEK, nein. Demo-Alarm, nee. Wasserwerfer, nee, nee, nee. Feldjäger, ich hole natürlich die Kripo. So, jetzt ist es ein bisschen leiser alles. Man hört aber trotzdem einfach nur das Piepen. Ja, das ist wirklich so. Florian Sauerland, Ende. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Hm. Wieso habe ich das Gefühl, dass der zweite Streifenwagen nicht kommt? Da kommt nämlich nur einer, hä? Was der zweite Streifenwagen nicht kommt. Da ist gerade die Kripo noch unterwegs. Also ein Fahrzeug fährt auf jeden Fall noch hoch, die Kripo. Ich habe nur mit dem Kripo bestellt, aber... Egal. Ach, da ist sie ja schon. Hä, wo ist der auf einmal? Ach, da oben. So, ich mache jetzt die Folge etwas leiser mal den Sound. Man soll euch ja lieber hören... ...als jetzt. Ich habe Emergency App hier einfach so leise gestellt, wie es geht. Ja, habe ich jetzt auch recht leise. Also, es ist halt relativ laut. Also, ich weiß nicht, ob es die laut war. Ghost, du hast schon die erste Auszeichnung erhalten. Mhm. Finde ich ja unfair. Ja gut, ihr lauft einfach durch diesen LKW durch. Das mache ich auch in meiner Freizeit immer. Gut. Macht ihr auch. So, mal kurz wieder vor die... 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 die Arcts-App geöffnet. So, Person ist reingebracht. Und fährt... ...zum Krankenhaus zurück. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von ca. 5 kmh. Hier sieht es aus... ...bei Ghostbrennt die ganze Bude. Au! Wie gesagt, hier gibt es ein bisschen wenig. Wieso habt ihr das blöde Gefühl, dass es ein Randstifter ist? Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass es ein paar Soundbugs gibt. Einmal ist es sau leise. Und einmal... ...volle Lautstärke, obwohl ich eigentlich die Sounds komplett runtergedreht habe. Aber gut. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt Ghost die ganze Zeit beim Löschen zuhören. So, der Rettungswagen trifft jetzt gleich im Krankenhaus ein. Dann war es das jetzt schon wieder für meinen Einsatz. Gibt es hier eigentlich ein Funk-Meldesystem? Äh... FMS-Tool? Ja, rein tötig, ja. Warum nutzt er das eigentlich? ...mal Ghost das allgemein FMS nicht nutzt. Also nicht hostet. So, die Straße ist bei euch, ich habe gesperrt. Hm, ich weiß nicht. Irgendwie steht die Straße hinterm Krankenhaus irgendwie ein bisschen unter Wasser, oder? Wo ist denn das Krankenhaus? Ähm... ...über die Feuerwache. Okay, machen wir mal von keinem. ...über die Feuerwache. Und dann kommt er... ...zeigt es deswegen jetzt das Wasser an. Wenn die Schlauch länger nicht ausreicht, holen die dann automatisch einen neuen Schlauch und schließen die dann an dem Schlauch an? Nein, du musst den Schlauch ablegen lassen und einen neuen Schlauch holen lassen. Okay. Oh, deine mobile Einsatzzentrale? Die Einsatzleitung ist eingetroffen, der ELW 2. Das... Genau. Das ist der ELW 1, das ist der ELW 2. Der ganz kleiner. Kleinere Variante, der... Einsatzleitwagen. Oh, oh, der Tank ist leer. Das ist... Du musst dir unbedingt alles vorlesen, was im Chat kommt. Wasserverbrauch, Rüder, Steineinspeisung, Pumpe, Stopp, Wasser halt. Alter. Oh, klar, voller Meldung, ey. Ja, die klingt aber schon recht unter Kontrolle. Sieht recht unter Kontrolle aus. Das ist sogar der Kreisbrandmeister ist sogar eingetroffen. Dass nicht der Kreisbrandrad gleich eingetroffen ist. Die Soundbugs nerven ein bisschen. Vor allem, guck mal da unten der Streuwagen. Noch ein Kommandowagen ist noch dort. Guck mal, guck mal. Noch ein zweiter Kommandowagen. Guck mal, guck mal. Wo ist eigentlich unser kleiner, süßer VW Käfer-Kommandowagen? Guck mal, hier hinten der Streuwagen. Der ist, glaub ich, ein bisschen verbackt, oder? Also, oder vom... Ja, das ist dann für dich der nächste Einsatz. Da heißt es wahrscheinlich langer Stau im Einsatzgebiet. Wollt ein Einsatzgebiet, hast du, oder würdest du... Nein, die muss da einmal den Abstiftwagen hinholen und den abstreppen lassen. Dann ist es auch wieder frei. So kann sie ihn auch umleiten lassen. Ja. Naja, Ghost. Wird schon irgendwie unter Kontrolle gewesen. Vor allem... Hier, die Walze sieht auch total realistisch aus, finde ich, ey. Mit dem... Mit dem... Ja, Ghost hat schon drei Auszeichnungen. Es, glaub ich, hat... Es hackt ein bisschen bei dir, Ghost. Ich hab noch gar keine und struppel auch noch keine. Ich krieg' eh kein Problem. Ich hab' nicht mal für meinen ersten Einsatz eine bekommen. Du bekommst gleich drei Stück für deinen ersten Einsatz. Jep. Du wirst wahrscheinlich noch mehr bekommen. Alter Vorteil an Feuerwehr. Ja. Wobei Rettungsdienst auch welche bekommt. Das war auch nicht so. Und Polizei kriegt gar keiner. Ja, selten. Oder wenn mal, nein, das kommt dann eventuell. Demo. Der ist 11, 16, 12 Winterberg. Tut sich auch grad gut positionieren. Ist wahrscheinlich dann das Zwischendück... Stück für deinen... So laut, so laut, so laut. Nein. Obwohl, habt ihr es überhaupt angeschlossen? Nein. Shit. Okay. So, ich hab' mal kurz jetzt schaubeseitigt. Ja, auch eine Idee. Jetzt steht der andere Wagen hier. Irgendwie sind sich auch die Lichter verpackt. Wie die Lichter? Die Pyl... Die Pyloten sind rechts, nass, links... Licht ist links. Hä? Ich finde gerade auch nicht die Peloton. Wow, Trubble. Rubbeln, nein! Rubbeln, nein! Rubbeln, nein! Nein! Musst du nicht. Weil, ist das Wasserdapp, was auch so raussteht oder warum sich da nichts? Nö, ja, Ghost hat schon ziemlich alles und Kontrolle, oder? Alles. Ich hab' noch drückende Wache. Warum hat ein... Ghost, warum hast du eigentlich einen Streifwagen? Klick dir mal bitte zurück. Und Ghost hat schon wieder eine Auszeichnung. Jetzt hat er schon vier Stück. Und ich hab nicht mal eine. So. Was ist eigentlich das hier hinten? Achtung, hier hinten ist der Militärplatz, oder? Ja. Tja, könnt ja, kannst du eigentlich auch da den Metabatic einsteigen lassen? Ja. Da kommen auch deine Feldjäger her. Nur so als Information. Wird wahrscheinlich wieder bald irgendwas hier hinten explodieren, wie immer. Soll ich einen Demo-Alarm machen? Irgendwie der Panzer oder so. Nein. Verschmiert das Spiel ab, wenn du Demo-Alarm machst. Was ist das überhaupt, der Demo-Alarm? Ja, was wohl? Da kommen Wasserwerfer und ganz viele Polizeimannschaftstransportwägen. So. Genau. Zehn, zwanzig Stück. Oh, du bist ja ein bisschen. So, du hast heute gar nicht dein VW-Käfer alarmiert. Meinen? Ja. Mein was? VW-Käfer. VW-Käfer. Der Kommandowagen. So, Ghost braucht noch ein bisschen, bis der gelöscht. So, ich würde mal sagen, wir springen so lang jetzt. Der Part geht jetzt so lang, bis, äh, ja, bis das Spiel abschmiert. Sollte es natürlich jetzt ein bisschen länger gehen, also so eine Stunde, dann schneide ich ihn vielleicht mal in zwei Folgen. Oder ich lasse es in einer. Kommt drauf an. Je nachdem, wie lang das Spiel jetzt durchhält. Kommt drauf an, wie du gelaut bist. Das Ding ist halt auch, äh, das Spiel ist schon etwas älter, deswegen schmiert's auch öfters ab, weil's noch eine alte, recht alte Engine nutzt. Keine Beanstandung, hä? Ja, du wirst beanstandet, alles falsch gemacht zu haben. Wusstest du das nicht? Ist immer schon der Bahnhof irgendwie hier so klein gewesen? Ja. Ich dachte, der war immer irgendwie viel größer. Oder hatte ich ihn mit Biberfelder verwechselt? Biberfelder. Biberfelder hat einen großen Bahnhof. Ja, gut, dann hab ich ihn mit Biberfelder verwechselt. Ich wette, der Grillstand hier hinten explodiert gleich. Der Grill. Wenn's dir so weitergeht, das Feuer ausbreitet sich so weit. Nein, 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 nein. Das Feuer kann sich schon gar nicht mehr ausbreiten. Vor allem der Hinschenfeuerwehrmann und macht nix genug. Okay, wenn man was zu verzerrt macht. Nein, kannst du's nicht mehr ausbreiten, weil dann jetzt eine Schneise drin ist. Die Kripo fährt mal wieder los. Der Kreisbrandmeister ist immer noch in seiner Wagen. Vor allem, du hast zwei Einsatzleiter fort. Alles klar, oder? Ja, es kommt immer der erste zu der ELW-1, meistens auch der ELW-2. Ich hab hier auch noch den KDOW-Mitern. Nein, du hast sogar drei Einsatzleiter fort. Ne, vier. Ja. Fünf. Alles klar, du hast fünf. Fünf Einsatzleiter. Und ich sogar Einsatzleiter. In den zwei KDOWs, in dem KBM-Fahrzeug und in ELW-1 und ELW-2 sind noch welche. Na, gg. Wofür ist eigentlich der ELW? Der nützt doch eigentlich gar nix hier, oder? Doch, du kannst weiter alarmieren. Du kannst Alarmstufe erhöhen und so weiter, oder? Nein, hier nicht. Ne, Sirenenalarm oder so. Du kannst, lass ich kurz nachgucken, in einem Sammelplatz, Patientensammelstelle festlegen. Du kannst LNA und SEG rufen, du kannst auch Einsatzabbrechen machen, oder, äh, also kleiner Einsatz, nicht eingesetzte FZ sind abkömmlich, also fahren zurück, Anmarschpunkt festlegen, dann den TEL, also der ELW-2, dann Zug geschlossen, äh, Befehle, Gefahr, alles zurück, den, in jedem Fall, der Mann, der nix macht, schick dir mal vor. Welch, wen denn? Den hier? Und sie hier? Ey, hier hinten, vorher Schranke, ist neben den Hydranten. Ey, der, 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 der tut, äh, das, der tut den Hydranten bedienen, wenn du es ganz genau wissen willst. Warum hat die denn einen Schlauch in der Hand? Ja, der ist sozusagen am Hydranten angeschlossen. Genau. Ja, ich seh das, seh, woher soll ich das wissen? Ach, Ghost fällt noch Bäume? Ach, verschwunden. Die fallen ja superflüssig, sagt man es mal so. Die fallen... Stück, 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 ein bisschen, und dann sind sie rumgefallen. Die fallen mit 120 FPS. Er war mit mir mit 3 FPS circa. So kannst du es ungefähr dir vorstellen. Wenn ich auf, wenn ich auf die Leitstelle gehe, Fahrzeug 4 hört. Ja. Es gibt halt kein Leitstelle hört. Du musst froh sein, dass die, äh, Feuerwehrfahrzeuge wenigstens Sulu, Oscar und so weiter, Mike und so weiter heißen. Und nicht einfach nur Fahrzeug 1, Fahrzeug 2, Fahrzeug 3, Fahrzeug 4 und so weiter. Das Ding ist halt, die heißen halt im Standardspiel so, Fahrzeug 1, Fahrzeug 2, Fahrzeug 3. Leitstelle hört. Ja, das gibt's nicht, deswegen. Weil's im normalen Spiel nur eine Bestelleitstelle sozusagen gibt. Wobei meine RTWs auch Fahrzeug 9 heißen. Voll kreativ. Ja, Ghost hat's ja bald unter Kontrolle. Oder? Hm. Wo lässt er hier schon richtig Holzfell arbeiten? Struppel, brauchst du Holz zufällig? Ich und mein Holz. Okay. Nein. Boah, zu laut, zu laut, zu laut, Alter. Die haben gerade das Löschen angefangen und es war jetzt richtig extrem laut. War nicht das Problem, dass die jetzt das Ding nicht fallen lassen? Was? Ja. Du musst das Auto am Schluss halt einfach besetzen lassen. Dann legen sie es ab. Oder sie nehmen es, beziehungsweise sie nehmen es mit zum Auto und nehmen es damit nach Hause. Sagen wir's mal so auf gut deutsch. Das machen sie dann damit. Sie tun das Holz mit nach Hause nehmen. Weil du weißt ja, die Feuerwache in Wegberg hat einen Kamin. Deswegen brauchen sie Holz. Naja, sagen wir's mal so. Ich würde's einfach mal machen, gucken, wie sie sich anhört. Achtung, Achtung. So, Achtung, Achtung ist es fein noch nicht. Ein MTW hast du alarmiert. Sogar mit einem SIK-Profile. Was? Ja. Wo ist der denn, bitteschön? Im MTW. Äh, warum ist der hier? Lass ich mal aussteigen. Ich möchte sehen, ob der ATK Dings hat Skin oder ob er einen normalen Polizeiskin hat. Achso, den. Wenn er nur verpackt ist. Gut. Äh, ich hab Pettios. Ich hab Pettios. Vielen Dank.